hier ist noch was zu so ja wo müssen wir eigentlich hin immer hinweg entlang ok ich renne jetzt hinterher du bist die frau ich bin ein mexikaner dann halt ein weibster mexikaner wo bist du? hier hier ach da so hier haben wir Ozean und da unten steht einer wo bist du? da sind sogar zwei ich weiß nicht wollen wir da drauf stimmt mir ich kann ja sowas bauen was ist das? ein eine Waffe warte das ist jetzt warum hast du ein Tuch dran? du hast ein Tuch dran du hast ein Tuch dran na jetzt habe ich ein Tuch dran ich habe gar kein Tuch dran doch du hattest eh nein dann leg das mal in dein Inventar und tu das mal mit einem Stofffetzen kombinieren ja jetzt habe ich einen das hast du aber vorher auch schon ne ich sehe den jetzt ich habe den gerade erst gecraftet aber die macht oh die macht Gutschaden ja so wollen wir wollen wir die wollen wir die vermöbeln gehen? wenn sie noch da sind natürlich begrüßen die sind weg ne die sind vorne hallo herzlich willkommen äh ähm das ist äh tschüss Alk ok tschüss äh geht ja auf die jetzt muss ich aber mithelfen wot klotz du ja hallo ja ich bin der ich bin der mensch guck mal oh ja was bist du geil so ich habe meinen neuen freund gefunden mann alle rennen von mir weg hallo hallo putz putz guck mal guck mal ich so an! Pass auf! Ganz langsam zurück. Ganz langsam. Und ähm... Von mir zimt man das... ...dienst an. So! Äh... Blubb! Äh... Ditt hier! Also ich dachte, schau hier! Ja! Hast du Stöcke? Ja! Ja schon, ja! Dann kann man die gleich verkokeln! Das erste, was wir tun, wenn wir gestrandet sind... Kann die Bahnen verkokeln! Jo... Natürlich! Oh! Ähm... Guck mal nach hinten! Wie schön! Hä? Oh! Ich glaub, die haben Hunger! Ja komm, Barbecue! Oh! Oh! Ja! Ja! Geil! Wie das einfach mal gepasst hat! Oh! Oh! Oh mein Gott! Ja! Aber das hat richtig gut gepasst! Ja! Ähm... Ich kann schnell meinen Sperr verbessern hier! Kannst du die Schädel noch aufnehmen? Ähm... Ich hab schon... Nee! Ich hab auch schon vier Stück! Warum brennt denn der Dut hier nicht? Der will nicht! Aber jetzt... Feuer! Der arme Vogel! Der hat dir doch gar nichts getan! Boah! Der ist mir ins Gesicht geflogen! Alles klar! Wo ist der hin? Das hab ich da hin gesammelt! Oh! Ähm... Hast du noch Platz für Knochen? Oder... Ja... Ich... Ja... Hab ich... Jetzt hab ich's... Ätsch... Doch! Koffer! Doch! Koffer! Die bringen wir nicht! Da fehlt mir noch ein Knocher! Dacht schon! Der eine Koffer war am Weg! Der wollte einfach nicht weggehen! Aber wo? Ist das Feuer... Ist das Feuer noch aus? Oh, danke! Oh nein! Nee, ich glaub das noch an! Darauf gratte ich mein Essen! Ich nicht! Äh... Denn Melvin hat Hunger! Er ist ein Schokoriegel! Stewardess! Ja! Nee, nee! Ich esse hier Tierfleisch! Wir müssen auf jeden Fall gucken! Am besten da, wo wir wirklich... Wasser... Und... Bäume! ... ... ... Okay, heiliger Topf! Weise uns den Weg! Hahaha... Da! Wir können auch bei diesem, äh... 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 ... Riesenbaum bauen! Stimmt einfach drum rum, aber der würde dann im Weg stehen, so ein bisschen. Äh, du weißt, welches ich meine. Äh, hast du den da auch? An der Clippe noch. Ach so. Wir können auch mitten im Wald bauen, also. Ich habe gerade gedacht, den da mal hinzu. Ich glaube, hier sind ein paar zu viele Steine und... Ne, die wir bauen wollen mit ein, damit die da nicht draufklettern und rüberspringen. Aber hier ist so... naja, okay, doch. Oh, da rennt schon wieder einer. Barbecue ist beendet. Du hast Hunger, finde etwas zu essen. Habe ich doch gerade. Ich habe dir gerade was angebucht. Nö, ich bin schon wieder voll. Ich habe Grünzeug gegessen. Grünzeug? Jo. So, also wollen wir an der Clippe bauen. Müssen wir halt nur die, äh... Farbe transportieren. Wir haben halt auch das Segelschiff. Und die könnten nur von einer Seite angreifen. Das wäre halt praktisch. Ja. Aber wir haben es dann umso weiter, um an den Dynamitplatz zu kommen. Können... Mh... 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 Steine 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 1 2 3 4 und noch Fils Pils, 5 Pilse? Ja ich habe Pilsen gegessen Ach so? Obwohl ich dem Relay passen wie die Pest Oh also ein Pilz aus dem Wald Ach die werden schon gesund sein Natürlich Ich suche.. Ach das bist du Ich such gerade nur Steine. So schlimm sieht es nicht aus. Noch nicht. Was soll das heißen? Nach fünf Wochen auf dieser Insel glaube ich dann doch schon. Na wir werden sehen. Ach Steine sind auch schon voll. Baumfeld. Batsch. Vier Stück noch. Also ein Bäumchen. Oh das waren klar noch. Ah der reicht. So schön. Yay. Okay speicher. Gut. Gespeichert. Ach nee nicht anmachen bist du doof. Geh weg. So. Okay. Da ey. Meine Sizzle. Eins. Zwei. Drei. Vier. Das dahin, 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 das. Ey. Okay, fürs Letzte ist kein Platz mehr. Jetzt, wir haben echt ein Wald. Sieht sehr verstorben aus. Wir haben ein Kaninchen. Woher willst du wissen, dass das Kaninchen sind? Die haben gar keinen Kopf mehr. Hm. Zu fragt. Was machen wir denn eigentlich als erstes? Willst du die Mauer ziehen, damit wir wissen, wo wir die bauen? Oder erst mal ein Haus für jeden? Oder ein Gemeinschaftshaus? Ich will erst mal die Mauer... äh... naja... Beides wird lang dauern, also ich würde sagen, zuerst die Mauer. Ja, könnte man machen. Willst du die ziehen? Ja. Weil dann würde ich mich um diese Transportteile kümmern. Ja, dann ziehe ich die. Hier liegen noch Holzstämme rum. Oh. Also der Fluss muss auf jeden Fall mit drin. Ich weiß halt nicht, wie groß ist der Raum, so. Ähm, na so, dass... ich sag jetzt mal vier Häuser Platz haben. Hm. Und noch ein bisschen Spielraum für irgendwas anderes ist. Ich fang mal hier beim See an. Das hier. Wie viel wärmer brauchen? Vier Stück? Häuser? Ne, hier, äh... von diesen... Transportteilen. Ach so, ja. Wird eigentlich angebracht, weil wir dann zum Schluss eh vier Mann sind. Jetzt zieh ich die hier durch. Wahrscheinlich soll ich zu groß, aber... Wie größer, desto besser. Je größer, desto besser. Natürlich. Ich würde sagen, hier kommt dann so ein Tor hin. So, so. Ey, wir werden mehrere Töre bauen müssen. Versuch mal, warte mal. Versuch mal an so einem... Ey, Arschloch. An so einem dicken Baum hier so ein Tor hin zu machen, denn... Ein Tor? Ja, warte mal. Ich guck mal, ob das hier klappt. Ja, das klappt. Denn ich mach das immer so, dass das dann hier vorne direkt am Baum lang geht, dass wir hier eine Plattform haben, um hinter die Mauer zu gucken. Dann mit daneben halt ein Tor, dass man raus kann, dass halt einer guckt, die Luft rein. Und... An so einem Baum mach ich dann, wo so eine Plattform ist, mach ich dann auch immer noch so einen Harz-Affang-Teil. Ja, mach ich hier ein Tor hin. Weil im Singleplayer hat meine Base eigentlich immer, ja wie soll ich sagen, fünf, sechs Eingänge. So. Dann das hier nen Eingang. Au. Weg. Dann das hier noch nen Eingang haben. Als... Keine Ahnung. Es wird schon wieder Nacht. So. Okay, hier kann man keine Dings bauen. Ne, die kannst du nur an dicken Bäumen machen. Oh. Ja. Weil ich nämlich bei den Eingängen dann auch immer diese Schädelfackeln hinsetze. Damit halt auch die Mauer drumrum ein bisschen beleuchtet ist. Nein, aber... No, das ist das. Ok. Diese Linke. Ich weiß es, wie sie zum Druck. Wir sind doch eine Runde. Wir sind doch mal. Wir nichts zu sein. Die Hände. Der ist ein Lüger. Der ist auch ein Lüger. Der ist ein Lüger. Der ist ein Lüger. Vielen Dank.